RING MIR DIE ASCHE! Du bist ja glaube ich nicht mit schneller, oder? Nö, bin ich auch nicht. Ich hätte Lust dazu. Und jetzt? Tobi, weißt du jetzt warum ich die Dinger fertig haben wollte? Diese Kinder kennen nun eine ex-schlechte Nachrichtenfache. Ich kann die nicht nehmen. Wieso kann ich nichts aussuchen? Achso, jetzt. Die sind alle scheiße. Du hast die Waffe genommen, die kann man für mehr verkaufen. Äh, ja. Vielleicht brauchen wir nochmal Flammen, irgendwas. Siege-Scorch, wo ist er? Da hinten. Ist doch egal, ob sie jemand anderes anbieten. Spiel einfach mit. Clayton muss dir vollständig vertrauen. Und wenn sie irgendwas im Schilde führen, das wir unterbinden müssen, erfahren wir nur so davon. Ich will hier drunter. Rauchen wir vorbei, oder? An die Typen, oder wollen wir die töten? Wo müssen wir hin? Hier hinten lang irgendwo. Müssen wir nicht hier oben lang? Ne, hier unten doch, oder? Das ist voll falsch, woher raus. Guck mal, wo ich gerade reingehe, Tobi. Ich lauf da jetzt lang. Die von anderen Seite. Ich lauf hier lang. Ach, die Typen sind mir egal hinter mir. Ich glaube, ich bin hier richtig. Sicher, dass das oben ist? Ah! Hey, was ist das denn für ein Ding? Ich lauf kein Ding mehr. Ich lauf weiter. Wow, was? Was hast du gefunden? Was hast denn du gefunden? So ein Spider-Ding ist nämlich. Ja, ich hab auch so ein flammendes Teil gehabt, aber... Blas mir ein, Mami! WTF?! Weißt du, was der gerade gesagt hat? Blas mir ein, Mami! Ja? Ja! Komm her! Weg dich! Du bist falsch, Robbe! Ne, ich komm hier gleich hoch! Die runter! Ich hab Pizza gemacht! Wo bist denn du? Schieß in die Luft. Ich glaube, ich kann hier runterfallen. Jopp! Ich bin halb richtig! Ich bin jetzt da! Hat der einen coolen Auftritt, der Typ wieder? Oder nicht? Oder ist er einfach nur da? Wir sollten ihn wieder von hinten angreifen, oder? Alter, der Typ ist komplett für unter uns am Level. Aber das Feuer macht Damage auf ein Schild, oder? Wieso ist mein Schild denn durch? Ach, das sind kleine Viecher, die mich angreifen! Das erklärt natürlich so einiges. Weil der Feuerhaut auf uns herab lächelt! Spürst du es auch, Junge Fatih? So gruselig dieser Kult auch ist! Oh, was liegt denn dahin? In Heredium! Ich weiß nicht, dass sie glatt den falschen Gott meinetwegen töten! Ach, ich bin ein schlechter Mensch! Ja, ich weiß! Ja, ich weiß! Die Viecherhautstütten sind nicht andauernd an! Wow, eine Erfahrung! Jetzt müssen wir wieder zurücklaufen, oder was? Ich habe mich verloren! Ich hätte mir doch den Raketenwerfer kaufen sollen! Wolltest du mal einen Schotten, oder? Natürlich! Du hast einen scheiß Raketenwerfer, der Mann! Ich glaube, das ist scheißegal, was man für eine Pistole anhatte! Ich glaube, mit einer Pistole und nicht schneller! Oder mit einer anderen Waffe! Wollen wir mal hier hoch, ob ich hier hoch kann? Wo ist denn hoch? Au! Wirklich jetzt? Die haben mich langsamer gemacht! Ja, Mann! Die können nicht hängen! Ja, ich merke das scheiße! Wieso wickeln die mich ein? Bleib stehen, du scheiß Insekt! Kommt man nicht los! Ich midi das Ding, Alter! Ich glaube weiter! Oh, was ist das denn? Ich habe irgendeine Skin-Anpassung bekommen! Ich mag mal eine Elektro-Pistole auf, wenn die sehr unerfektiv hier ginge! Das ist nicht klar! Eine Pistole, eine schlechte! Aber in grün, die kann man verkaufen! Ich bin doch rumgespielt! Mit den Insekten! Das war nicht so schwierig! Bist du hier durchgelaufen? Oder was du hierhin wolltest? Oder wie? Jo! Ich bin komplett außenrum gelaufen anscheinend! Aber! Der Weg war cool! Das mache ich übrigens Parcours, Alter! Scheiße, die Pistole nur... Wieso hat die sechs Schuss? Warte, die nicht mal drei! Ach, die schießen mal zwei gleichzeitig! Jaaaa! Jetzt macht das Sinn! Kommen wir auf sein Klo jetzt rauf? Diese Typen sind komplett durchgeknallt! Aber sie schaden nur sich selbst und diesem Scorch! Vielleicht sollten wir sie in Ruhe lassen! Also wenn ich gar nichts davon haben will! Wieso kann ich noch nicht auswählen? Ja! Machst du auch! Wow! Hey denn? Nein, hab ich nicht! Was ist das? Was ist denn da? Ich weiß nicht, wie sollt ihr das Zwerg rausnehmen? Du musst ihn zum emporragenden Drachen im Southern Shelf bringen und ihn im Maul des großen mechanischen Biestes das dort aus entflammen! Okay! Wie schwierig kriegt das denn das? Leila! Wir haben einfach schon zu starke Waffen, Alter! Ja, ich weiß! Ich geh erstmal hier was verkaufen! Ja, Tobi, du bist gerade richtig leise geworden! Ich geh hier was verkaufen! Bist du weiter von deinem Mikrograd weg? Ich hoffe, du bist geimpft! Nein! Wieso bist du mit einmal extrem leise geworden? Du hast irgendwas gemacht! Nein! Doch! Wieso bist du leise geworden? Keine Ahnung! Warum? Kann man hier nicht warten! Wir können auch hier reisen! Wir haben jetzt ne Waffe behalten mit Dings! Ja! Und Feuerschaden! Und ein Snapper jetzt behalten! Ja, ich nicht! Ja, falls wir es noch mal brauchen! Guck mal, da ist ein Rad unten dran! Ne, ich hab noch was anderes! Ich hab ne Pistole! Ich hab gedacht, wir haben ja das gleich! Ich hab gedacht, wir haben ja das gleich! Ich hab dir auch! Ey, wie lang? Wo lang? Oder? Äh, nein! Ich lauf richtig! Da hinten hin! Zum Bum und Bum! Bum, Bum! Bum und Bum! Oder wie waren die? Bum und Bum, Bum? Keine Ahnung! Bam, Bam! 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 Bum! Wie scheiße, wie dachte die passen sich dem Level an? Ne, ne! Das ist doch das Gebiet! Das Gebiet sich stimmt, Tobi! Ist aber immer so! War auch im ersten Teil so! Das war im ersten nicht anders! Wieso tötest du die? Da bringt nichts! Ach siehst, apropos! Hab ich nen Toob? Ja, hab ich! Äh, möglicher Elementar-Effekt! Fakt! Fakt! Hab ich auch! Schon genommen! Ja, ich hab schon mehrmals! Ich hab das schon zwei, drei Mal oder so! Warte! Da durch! Ich bin jetzt auch kaum vorbeigelaufen! Ja, ich bin doch kaum! Laufen wir auch an den Bossen vorbei? Oder was? Was? Wir laufen hier auch an den beiden Bossen vorbei, oder? Wenn die da sind? Eigentlich! Da sind sie! Warte! Alter, der dicke Wärter macht man kaum! Alter! Das Ding macht Damage! Ah, komm! Okay! War komisch, dass die Respawn selbst diese kleinen Mini-Bosse, weißt? Ist doch witzig! War ich überhaupt wo wir hin müssen? Ich lauf einfach! Warum ist das zu? Was ist zu? Hier vorne! Keine Ahnung, hier hinten auf! Das wird jetzt doch nicht weh tun! Lauf, Tobi, lauuf! Alter, hast du da denn in der Luft gejagt oder was? Nee. Das ist ein Arsch. Wir müssen nach oben. Teil zeigt nach oben. Ja, aber hier ist eine Kiste. Ja, die kannst du finish verkaufen. Was meins? Ja. Ah, wir müssen hier wieder hoch. Hoch, hoch. Diesen Boot. Ja, komm ich nicht hoch. Geh hier durch Tor jetzt. Was bist du? Ich geh durch Tor. Seh ich. Welche Tor? Wo du rüber gejumped bist. Ist da was zum Reisen oder was? Nee, ich bin einfach durchgegangen. Weil ich da rüber nicht gejumped bin. Weil ich es nicht geschafft habe. Was denn? Was denn? So, fisch. Au. Au. Und das letzte Sackle! Go Go Poison Nova! WTF?! Wer ist denn das hingekriegt? Sterb nicht, ne? Bin ich hier richtig? Ne, hier bin ich falsch. Halt still! Wo müssen wir denn lang? Da geht's nicht. Ich bin grad verwirrt in dem Gebiet hier irgendwie. Ich weiß so wie lang es geht. Blöck mir einfach nach. Vielleicht nicht mal wo du bist. Du bist hinter mir. Ey, ich brauche dir. Nein. Ich bin schon überholt. Geht denn das hier lang? Ich hab's dann schon. Von hier kam ich. Glaub ich. Bleib wo du bin! Wir müssen noch höher. Ich bin noch höher. Ich bin noch höher. Ich dachte du weißt wie lang es geht. Ich bin noch höher. Ich bin noch höher. Hey. Hui. Okay. Hier geht's höher. Das ist ein Pfeil. Endlich ein Pfeil, der mir zeigt wo es lang geht. So was braucht das Spiel. Mehr Pfeile braucht das Spiel. Ich bin noch höher. Bescheid halt, Alter. Nein. Oh shit. Oh shit. Ah, hier ist schwer. So wo ging's? Oh man. Ich glaub die haben den richtigen Weg verpasst dahin. Ja, wir haben den richtigen Weg verpasst, oder? Nee. Sind wir das letzte Mal hier lang gekommen? Einfach hier, oder? Ja. Wir haben das letzte Mal da nicht runtergeknallt sind. Geht der aufzupfen, ne? Alter ey. Wieso haben wir den so lange hergeschoben? Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Augen fällt. Hier hinten ist das doch. Ein hervorragender Tag für den Kampfstand. Jajaja. Also echt, wenn diese Typen sich partout gegenseitig abfackeln wollen, dann kann uns das doch eigentlich egal sein. Ich meine, ist das da? Kann ich auch nicht machen. Doch jetzt. Sie kommt! Der Moment steht mir vor! Der wird noch ein sein, Firehawk! Endlich werden wir vereint, dass wir die Ich glaub ich gehe lieber weg. Geh zum Verbrennungssteuerpult und erfüll ihm seinen Wunsch, wenn's sein muss. Wo ist denn das? Oh, okay. Ich fühle deine Umarmung, Firehawk! Ich liebe dich! Ich liebe dich so sehr! WTF? Ich liebe dich! Ja, ich liebe dich. Ich liebe dich. Warte, ich liebe dich! Ich liebe dich! Ich liebe dich! Oh, die bringen noch ein bisschen XP hier. Neun. Da ist wieder der Boss da oben noch. Da laufe ich vorbei. Oh, hier ist die Gäste. Da laufe ich nicht vorbei. Das ist wundervoll. Willst du mich verarschen? Gib mir die, gib mir die! Tobi, die war besser. Gib mir die. Die Lilane. Gib mir die Lilane. Doch, ohne Scheiß. Leg die Lilane hin. Ich glaub, die war besser. Ich war niemals besser. Leg die mal hin. Natürlich war die besser. Warum kann man die nicht mehr reißen? Kamikaze. Ich hab einen Ausvergang gefunden.